Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Heute ist es für NGD3 und wir haben eine Unterkunft. Und, Fabi, ist dicht? Eher nicht, oder? Nein. Oje. Oli, halt die Tür, können wir jetzt noch nachnehmen. Wir müssen noch ein bisschen Blätter einsammeln. Okay, und was machst du mit den Blättern? Da, die andere Seite zudecken. Super. Genau, und gleich lang alle reinstecken da. Okay. Oli, können wir dann fünf, ich muss noch eins machen. Jeder, der will, kann sich eins bauen. Nein, ich muss mir helfen, ich kann das nicht. Und, das wird gleich die Türe für euer Haus, oder? Ja. Und vorher kann man damit was machen? Die Blätter einsammeln. Perfekt. Perfekt. Ja. 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 Ja, super. Na, schau, geht eh, oder? Ja. Ist die bequem, oder? Ja, das ist die. Rein muss man mal. Ist rein. Alle mal raus. Alle mal raus. Alle mal raus. Schau mal mal, wie viele Leute da drin waren. Ich bin bei meinem und außer ich geh so komisch raus. Ich bin vielleicht noch nicht besser. Sind alle hier raus? Warte, wir haben das Beste gebaut. Ja. Super! Matthias, ja, ist Matze. Ich glaube, sie ist heim. Das ist ein Franzose! Er hat schon alles.